So meine Lieben, das hier ist ein sehr ernstes Video. Es geht um das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung und darum, wie die Borderline-Angehörigen und Partner selber Borderline-Klienten manipulieren und belügen und somit eine dysfunktionale Beziehung erst möglich machen bzw. diese aufrecht erhalten. Ich habe über dieses Thema in der Vergangenheit auch schon einige Videos gemacht. Tatsächlich war mein allererstes Video, das ich zum Thema Borderline gemacht habe, ein solches, wo es halt um die Frage ging, ob auch oder dass auch Borderline-Partner den Borderline-Erkrankten manipulieren. Das ist ein Video, das hat über 20.000 Aufrufe bekommen und ich denke, das ist schon eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass ich zu dieser Zeit mal gerade 50 Abonnenten auf diesem Kanal gehabt habe. Also scheint dieses Thema doch eine gewisse Wichtigkeit zu haben. Heute habe ich eine E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der mich fragt, wie soll ich denn die Beziehung zu meiner Borderline-Freundin beenden? Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sie loswerden? Soll ich ihr eventuell einen anderen Mann vorsetzen? Auf der anderen Seite habe ich allerdings Angst, dass ich dann von ihr betrogen werde und tatsächlich hätte ich sie auch gerne als Putzkraft und Köchin. Das ist eine Sache. Ich wurde nun einmal von dem E-Mail-Verfasser darum gebeten, dazu ein Video zu machen, auf die ich an dieser Stelle wirklich genauer eingehen werde. Ich blende die E-Mail ein, ich lese die E-Mail vor und dann schauen wir einmal nach, was tatsächlich da los ist. Und zwar wurde mir geschrieben, Hi, habe einige deiner Videos angesehen. Davor habe ich mich in vielen englischsprachigen Videos über Narzissen verfangen. Du hast da neue, bessere Erkenntnisse gebracht, was mich natürlich von Herzen freut. Ich kann mich nicht von einer Borderlinerin trennen, weil ich sehe, dass sie einfach jemanden braucht. Und auch, weil sie ein bisschen Komfort bringt. Kocht und putzt für mich, kostet aber auch Zeit und Geld. Eine Zeit lang mochte ich das, aber seit längerer Zeit habe ich mich irgendwie weiterentwickelt und fühle mich eingeengt. Ich habe mir überlegt, einen Mann zu suchen und diesen für mich vorzuschieben, sodass sie ohne schlechtes Gewissen mich verlassen kann und frei sein. Erst durch sie habe ich wirklich verstanden, dass ich nicht nur lange Single war, weil ich keine Frau kriegen konnte, sondern auch, weil ich keine wollte. Tendenz Schizoid. Bei der Überbevölkerung, die wir haben, ist es ja gar nichts schlecht, wenn einige Männer und Frauen Single bleiben. Was hältst du von dieser Idee? Würde das höchstens dazu führen, dass ich im schlimmsten Fall unbemerkt betrogen würde? Was es dann noch schlimmer für mich macht, lässt sie mich dann doch nicht los. Welche andere Möglichkeit gibt es noch, wenn man Menschen nicht verletzen möchte? Wenn ich eine Win-Win-Situation möchte, die aber der betroffenen Frau nicht vermitteln kann? Bereits versucht, im Guten mich zu trennen, nur Trauer und Aggression als Reaktion. Ich habe wieder nachgegeben, have a nice day, mach doch bitte mal ein anonymes Video zu diesem Thema. Ja, und wie du siehst, das mache ich an dieser Stelle und mache das auch gerne. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, du als E-Mail-Verfasser wirst mir verzeihen, wenn ich auch wirklich kritische und ernste Worte dazu finde. Ich denke aber, dass das wichtig ist, denn wir wollen ja auch wirklich vorankommen in dieser ganzen Sache. Ich will dir ja nicht nur einfach irgendetwas erzählen, um dir den Bauch zu pinseln, um dich als meinen Zuschauer-E-Mail-Verfasser irgendwie zu schmeicheln oder bei der Stange zu halten. Nein, ich möchte natürlich auch, dass es dir wirklich etwas nützt. Und da glaube ich, ist radikale Ehrlichkeit an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Du bist ja zu einem gewissen Grad schon sehr, sehr ehrlich zu dir. Ja, dass du sagst, okay, ich habe Probleme. Okay, ich bin vielleicht Schizoid und so weiter und so fort. Aber wir sollten hier wirklich noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann natürlich nicht wissen, wie für dich diese ganze Konstellation, die du dort mit deiner Borderline-Freundin hast, für dich von innen aussieht. Ja, wie das Haus, das man selber bewohnt, für dich von innen aussieht. Ich kann dir aufgrund deiner E-Mail sagen, wie es für mich von außen aussieht. Ja, für mich kristallisiert sich hier, das ist jetzt ein sehr scharfer Begriff, aber das werden wir gleich noch genauer erläutern. Und es ist mir auch sehr wichtig, diesen Begriff an dieser Stelle ganz deutlich zu verwenden. Eine gewisse parasitäre Haltung auf deiner Seite. Im Endeffekt benutzt du deine Freundin, das hast du ja selber gesagt, zum Kochen, zum Putzen. Es bringt dir gewisse Vorteile. Das ist natürlich erst einmal nichts Verwerfliches. Jeder führt Beziehungen, weil er dadurch gewisse Vorteile hat oder nicht hat. In diesem Fall denke ich doch aber, dass die menschliche Komponente sehr, sehr im Hintergrund steht. Ich sehe jetzt nicht oder lese jetzt nicht heraus, dass du viel Menschliches über deine Freundin zu sagen hast, dass du viel Menschliches über die Beziehung zu sagen hast, dass es um Charakter geht, um irgendwelche charakterlichen Sympathien, um Liebe gar, um irgendetwas. Nein, im Endeffekt wird deine Freundin und wird auch die Beziehung auf Wirtschaftsfaktoren, auf Kapitalfaktoren reduziert. Sie kocht für mich, das hat mich aber auch Geld gekostet. Früher war das okay für mich, jetzt fühle ich mich aber auch eingeengt. Da möchte ich fragen, wovon eigentlich eingeengt? Vom Kochen und Putzen. Ich muss ganz klar sagen, dass das nicht der Grund sein wird und so. Es ist nicht gemeint. Es kommt allerdings für mich erst mal oder es kommt erst mal so rüber, wenn man die E-Mail liest. Zum einen also hast du hier eine gewisse parasitäre Haltung. Wenn ich das sage, wird das in dir eventuell zuerst einmal Widerstände ausrufen, denn du wirst sagen, ja was soll denn das heißen? Ich bin doch hier der Nette. Ich versuche für sie eine gute Lösung zu finden. Ich zahle doch auch Geld für sie und so weiter und so fort. Aber wenn du ganz ehrlich bist und zur Not auch dieses Video einfach mal auf Stop drückst und dann mal darüber nachdenkst, gibst du es ja in der E-Mail schon selber zu, dass du sie in gewisser Weise als Wirtschaftsfaktoren benutzt. Und das ist, sollte nicht die Hauptgrundlage einer Beziehung sein. Es ist aber der Hauptgrund dieser Beziehung und es ist auch der Grund, warum du es nicht schaffst, dich von deiner Freundin zu trennen. Angeblich ist sie es ja, die du einfach nicht loswerden kannst. Da möchte ich dir sagen, eine Beziehung aufzulösen ist ganz einfach. Sag einfach, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Ich möchte zur Not auch keinen Kontakt mehr. Lass mich einfach in Ruhe. Nummern löschen, Nummern blockieren und gut ist. Im allerschlimmsten Fall. Wenn du es nicht besser lösen kannst, kannst du sagen, ey komm, gehen wir nicht auf die Nerven, Mann. Hau einfach ab, sieh zu, dass du fortkommst, ja. Das ist natürlich nicht die elegante Lösung, aber immer noch besser als das, was du hier unterhältst. Das ist meine persönliche Meinung. Denn das, was du hier unterhältst, ist ein manipulatives Verhalten, ist ein ausnutzendes Verhalten und ist auch ein verlogenes Verhalten. Zum einen einer Lüge ihr gegenüber, das werden wir gleich sehen, aber auch ein Selbstbetrug, ja. Du möchtest diese Beziehung deswegen nicht auflösen. Das ist meine Meinung, meine Interpretation auf Grundlage dessen, was du mir geschrieben hast, weil du ja doch gewisse Vorteile davon hast. Redest dir selber aber ein, du könntest die Beziehung nicht auflösen, weil du ihr ja noch Gutes tun möchtest. Du möchtest sie nicht verletzen und so weiter und so fort. Das ist so eine gewisse gönnerhafte Haltung, ja. Wir müssen aber ganz klar sagen, dass, wenn du zum Beispiel sagst, soll ich hier einen anderen Mann vorsetzen, da fragen wir uns erst einmal, wie würde sie das eigentlich finden, wenn sie deine E-Mail lesen würde. Sie würde es wahrscheinlich nicht gut finden. Damit sollte die Frage beantwortet sein, ob das eine Sache ist, die ich dir empfehlen kann oder eine Sache ist, die man von ethisch-moralischen Standpunkten her überhaupt betreiben sollte. Wenn ich ihr aber einen Mann vorsetze, könnte es nicht sein, dass im schlimmsten Fall sie mich dann sogar noch mit diesem Mann betrügt und ich nichts davon weiß und weiter mit ihr in einer Beziehung bleibe? Ja, das ist eine höchst manipulative und auch verlogene Haltung. Warum? Denn im Endeffekt das, was du jetzt ihr andichten willst, was sie eventuell tut, dass sie eine Betrügerin sei, dass sie als die böse Borderlinerin dich mit einem anderen Mann, den du ihr vorgesetzt hast, betrügt. Tust du ja damit jetzt schon. Nämlich du spielst dir eine Beziehung vor, die aber in deinem Herzen schon gar nicht mehr existiert oder vielleicht auch nie existiert hat. Ja, das ist ein Betrug von deiner Seite, ihr gegenüber, den du jetzt schon betreibst. Du schaffst es aber, das alles so umzumünzen, ihr noch eventuell in der Zukunft einen Betrug zu unterstellen. Ja, eventuell wird sie mit mir eine Beziehung zum Schein führen, aber in Wahrheit mit einem anderen schon zusammen sein. Du führst aber bereits jetzt eine Beziehung zum Schein mit ihr, an der du gar nicht festhältst. Ja, sonst hättest du mir diese E-Mail nicht geschrieben, um Wirtschaftsfaktoren von ihr abzumelken. Entschuldige bitte diese Deutlichkeit an dieser Stelle. Und nur aufgrund dieser Manipulation von dir, aufgrund dieser Lebenslüge und auch den Lügen ihr gegenüber von dir, besteht diese Beziehung, die du angeblich nicht beenden kannst, noch immer fort. Ja, das ist manipulatives Verhalten von Seiten des Borderline-Angehörigen. Wir können das ganz einfach auflösen. Du kannst es ja kommentieren und kannst sagen, hey du, pass auf, ich möchte eigentlich gar nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich würde dir am liebsten eigentlich einen anderen Partner vermitteln. Von meiner Seite aus besteht aber gar kein emotionales Verhältnis mehr. Ich schätze es, dass ich dich zum Kochen und Putzen habe. Es ärgert mich allerdings auch, dass ich Geld für dich ausgeben muss und so weiter und so fort. Das wäre die radikale Ehrlichkeit. Und wenn du diese radikale Ehrlichkeit der einer Borderline-Freundin gegenüber an den Tag legen würdest, würden wir sehr schnell sehen, dass dieses Verhältnis, das sich angeblich nicht auflösen lassen würde, sofort oder in sehr Windeseile auflösen würde. Und das wäre übrigens eine ethisch-morale, einwandfreie Lösung. Das muss man ganz klar sagen, denn die Wahrheit ist ethisch-moralisch einwandfrei. Lügen und Manipulation, irgendwelche Sachen vorschieben, ist ethische moralisch nicht einwandfrei. Du schiebst auch eine Komponente vor von wegen, ich muss sie retten, ich muss ihr etwas Gutes tun. Ja, aber sie kann nicht alleine sein, deswegen muss ich ihr einen anderen Partner geben. Es ist eine Win-Win-Situation. Allerdings, wenn ich diese E-Mail so lese und wenn ich dir das radikal spiegeln darf, entschuldige das bitte an dieser Stelle, müsste man eigentlich sie vor dir retten. Denn du bist ja derjenige, der jetzt bereits schon ein falsches Spiel mit ihr spielt, mein Lieber. Und das sollte nicht sein. Alles in allem, wenn ich diesen Text so lese, wenn ich darüber reflektiere, muss ich ganz klar sagen, dass du zu einem gewissen Stück ehrlich zu der bist, aber noch nicht ehrlich genug. Und diese Unehrlichkeit ist es auch, die dafür sorgt, dass diese Beziehung immer weiterläuft. Die Lösung, aus diesem Dilemma auszusteigen, ist die Ehrlichkeit, ja, und Schluss machen und auf eigene Vorteile zu verzichten. Es ist nun einmal so, wer wirklich ethisch-moralisch in sich gefestigt leben möchte, der kann nicht alle Vorteile, die man abernten könnte, die man abfarmen könnte auf diesem Planeten für sich vereinnahmen, ja. Es ist zum Beispiel nicht ethisch-moralisch zu stehlen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, zu stehlen, würde ich dadurch einen Vorteil bekommen, wenn ich 500 Euro von jemandem entwende, weil ich, wenn ich diese stehle, habe ich einen Vorteil. Ethik-Moral in diesem Fall bedeutet, auf diesen Vorteil zu verzichten und nicht zu stehlen. In diesem Fall möchte ich dich, ja, möchte ich dir, möchte ich dich dazu anregen, nicht zu stehlen und zwar nicht ihre Leistungen zu stehlen und ethisch-moralisch korrekt zu sein. Denn tatsächlich ist es so, dass ethisch-moralisch nicht korrekt zu sein und dass auch parasitäre Lebenskonzepte generell immer mit Lebenslügen einhergehen. Denn im Kern wollen wir doch nicht in den Spiegel gucken müssen und uns sagen müssen, ey komm, komm, eigentlich tust du da Unrecht, eigentlich ist das, was du machst, nicht richtig. Eigentlich bist du ein, bist du ja doch irgendwie ein Mieser in vielen Situationen. Du bist ein Lügner, du bist ein Dieb, du manipulierst. Das wollen sich Menschen nicht eingestehen. Ich denke, das möchte sich keiner eingestehen. Wenn man sich aber so verhält, bleibt nur noch, sich selber Märchen und Lügen zu erzählen. Das bedeutet wiederum offensichtliche Tatsachen, die man selber weiß und die du auch selber weißt, sonst hättest du nicht diese E-Mail mit einer gewissen Klarheit doch verfasst, zu verleugnen, wegzulügen. Das wiederum führt zu innerer Zerrissenheit und das ist auch eine Zerrissenheit, die du fühlen wirst. Und diese innere Zerrissenheit führt zu einem latenten Unglücklichsein im Leben. Deswegen ist es ganz wichtig, wirklich wahrhaftig zu leben. Denn wer nicht wahrhaftig lebt, muss sich ständig selber über sich selber und sein eigenes Handeln belügen, ist somit zerrissen und latent unglücklich. Glücklich ist nur derjenige, der wahrhaftig lebt. Deswegen wäre meine Empfehlung klar, sei einfach ehrlich, sei ehrlich zu ihr, sei ehrlich zu dir und beende einfach diese Beziehung, weil du die Beziehung nicht willst und sie als Menschen nicht schätzen kannst. Das muss man ganz klar sagen. Ich denke, das ist die Essenz dieser Sache. Du schätzt sie nicht als Mensch. Du genießt nur ihre Wirtschaftsleistung dir gegenüber, ihre menschliche Nutzleistung. Denn mit ihr Schluss machen, das ist eine Sache, die ist im Grunde sehr einfach. Sie ist kein Stalker. Sag einfach, ich möchte die Beziehung nicht mehr auf Wiedersehen. Nein, kein Treffen. Nein, keine Telefonate. Nein, keine Diskussion. Tut mir leid. War eine nette Zeit mit dir. Bye, bye. Nichts einfacher als das. Und das auch mal auf die Antwort an viele Leute, die mir E-Mails schreiben und fragen, ja, wie soll ich denn eine Borderline-Beziehung beenden? Nein, ihr müsst sie nicht retten und deswegen mit ihr zusammen sein. Wenn wir das alles so betrachten, müssten wir den Borderliner erst einmal dann in diesem Fall vor euch oder vor dir retten. Denn du bist ja jederjenige, der jetzt schon ein falsches Spiel spielt. Und das auch noch mal zu der Sache, warum so viele Borderline-Partner, so viele Angehörige schmerzhafte Beziehungen immer und immer wieder führen, weil sie die menschliche Komponente gar nicht sehen und dann nur auf das menschliche Kapital hinschielen, auf die Wirtschaftsleistung des Partners. Ja, das ist ganz wichtig. Damit ist jetzt nicht das Geld, nicht das Portemonnaie gemeint, sondern alles das, was der Partner an Leistung bringt. Kochen, Putzen, Sexualität, Bestätigung, Bespaßung und so weiter und so fort. Die menschliche Seite wird nicht gesehen. Denn wenn wir uns der menschlichen Seite zuwenden würden, in dieser, wie auch in Borderline-Beziehungen, die wirklich krass eskalieren, wo es sehr viele Verletzungen gibt, würde man ja feststellen müssen, aha, die menschliche Leistung, die menschliche Seite läuft gar nicht. Die menschliche Qualität unserer Beziehung ist grottenschlecht. Ja, wenn diese menschliche Seite im Vordergrund stehen würde, würde man diese Beziehungen rasch beenden, weil man sich eingestehen müsste, das ist nichts. Bei vielen Borderline-Beziehungen, die auf Lüge und Manipulation auch von Seiten des Angehörigen her aufbauen, ist allerdings die menschliche Dimension so klein und der ganze Rest so groß. Ja, und so täuscht man sich darüber hinweg, dass die ganze Beziehung im Kern hohlwangig und dysfunktional ist. Das zumindestens wäre das, was ich zu dieser E-Mail, zu diesem Fall sagen kann und auch sagen möchte. Ich hoffe, dass ich mit meinen doch sehr kritischen, auch scharfen und direkten Worten dir als dem E-Mail-Verfasser ein bisschen weitergeholfen habe. Mach einfach Schluss, beende das Spiel. Das ist die Sache, mit der du am schnellsten zum Ziel kommst und auch zu einer inneren Ausgeglichenheit kommen wirst. Wenn dich als mein Zuschauer solche Themen, solche Videos interessieren und du auch noch mehr wissen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal für weitere solcher Videos und ich wünsche dir als mein Zuschauer wie immer alles Gute auf deinem Lebensweg für dich und deine Liebsten und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal.